Das möchten wir heute mal veranschaulichen, liebe Zuschauer. Und wir führten jetzt mal einen Lifehack durch. Hier ist mein privates Telefon. Ich schläge es einfach mal auf den Tisch. Sie haben im Vorfeld meine Handynummer bekommen. Und jetzt fingieren wir sozusagen mal eine Kommunikation. Was haben Sie sich ganz genau ausgedacht? Ich habe mir gedacht, dass ich Ihnen eine SMS schicke. Aber nicht von meinem Handy, sondern vom Handy Ihrer Assistentin. Und das soll so eine kleine Schock-SMS sein. Ich habe hier den Text eingetippt. Ich habe ein Lotto gewonnen. Du siehst mich nie wieder, Komma, Svenja. Das wäre schlecht. Okay.